Das Luxushotel Mardan Palace befindet sich direkt am Strand in der Ferienregion Lara und bietet seinen Gästen Erholung auf höchstem Niveau. Das Ressort besteht aus drei verschiedenen Gebäuden, dem Dolmer Backe Palace, dem anatolischen Flügel sowie dem europäischen Flügel. Nach diesen Gebäuden wurden auch die 546 Zimmer gestaltet, die mit antiken Mobiliar, Bad, WC, Fernseher, Internetanschluss, Telefon, Klimaanlage und Balkon ausgestattet sind. Die Suiten verfügen zudem über einen separaten Wohnraum und einen begehbaren Kleiderschrank. Zum Frühstück bedient man sich am eleganten Buffet. Das Abendessen kann als Dreigangmenü in die diversen Restaurants mit renommierten Köchen aus aller Welt eingenommen werden. Im Außenbereich genießen die Gäste das milde Klima an der riesigen Poollandschaft mit künstlich angelegter Lagune und vier Riesen-Aquarien. Außerdem steht den Gästen ein 7500 Quadratmeter großer Spa-Bereich mit Hallenbad, Talasso-Pool, orientalischen Dampfbad, Eisgrotte und Bar zur Verfügung. Unterhaltung findet man im Amphitheater, in einer der elf Bars, sowie der Einkaufspassage mit zahlreichen Boutiquen. Im Madan Palace taucht man ein in eine Welt des Luxus, verbunden mit türkischer Gastfreundschaft. Im Madan Palace taucht man ein in eine Welt des Luxus. Im Madan Palace taucht man ein in eine Welt des Luxus. Im Madan Palace taucht man ein in eine Welt des Luxus. Im Madan Palace taucht man ein in eine Welt des Luxus.